Und ich glaube, ich mache jetzt gleich erstmal doch eine Aufnahmepause und nehme dann später weiter auf. Allerdings die Folge mache ich noch zu Ende. Wir machen wieder relativ wenig Damage. Ich hasse diese Attacke. Oh, mehr fliegen die Gegner nicht mehr weg, was soll denn die Scheiße? Oh, die kommen über den Eis. Okay, wir kommen an unserem Android 17. Ich glaube, der Trance lenkt den anderen ein bisschen ab. Oh, C18, lass mich in Ruhe. Ich nehme mal ganz kurz eine S-Kapsel. Okay, wir wurden zum Glück nicht getroffen. Alter, kann ich jetzt bitte mal hier irgendwie wieder... Wir sind ja schon wieder fast tot. Ist doch nicht so scheiße. Ich hasse es gegen zwei Leute, die beide immer auf einen drauf gehen. So kann man direkt die nächste Kapsel. Schön, dass mir gesagt wird, dass er seine Attacke macht. Wir sind los mit dem Spiel jetzt gerade. Wenn der eine weg ist, dann wird das richtig easy hier. Aber... Das Problem ist halt immer, wenn zwei Leute gleichzeitig auf einen drauf gehen. Okay, der hier ist gleich weg. Allerdings sollten wir gleich mal die All-Kapsel nehmen. Okay, nice. Der ist down. Wir nehmen mal ganz kurz hier... All. Sollte die nicht dem kompletten Team helfen? Ich glaube, das war dann doch eine andere Kapsel. So, wo ist er da? Der kommt von Trunks. Der muss leben, der Junge. Okay, die müssen wir jetzt einfach nur von denen abhalten. Das könnte allerdings schwer werden, wenn die... ...eine... ...Ulti, wie gesagt, jetzt mal macht. Vor allem, wenn die uns einfach ignoriert. So, ihr seht schon, wenn es nur noch einer da ist, dann ist es auf einmal ganz easy. Und jetzt auf einmal geht es auch auf Trunks drauf. Weißt du, da kann ich gerade eben die ganze Zeit auf mich drauf gehen. Er hat uns den Kampf um einiges erleichtert. Okay, gut, Bumpf, das war's. Haben wir gerade so noch geschafft. Aber dann muss ich anscheinend nochmal nach der Kapsel suchen, die das komplette Team heilt. Und vor allem, wenn ich gerne mal wissen, was die da gerade gemacht hast. Nice, wieder Rang Z. Level Up. Das heißt, erstmal wieder zurück auf Leveln und dann zum nächsten Fight. So, okay, wir müssen jetzt auch zum Supreme Kai. Okay, so, Attribute. Dann haben wir das bald auf 20. Und dann reden wir mal hier. Ja, wir machen weiter. Somehow, I actually managed to chase away the androids. Eigentlich müsste er uns ja schon kennen, weil er sollte uns ja auch bei den Cellgames gesehen haben. Ja, ich wusste, dass du aufstehen würdest. Was eine blöde Reaktion. Ich glaube, du glaubst, dass du ihn tatsächlich unterstützt hast, nicht wahr? Du siehst, Trunks. Ich habe eigentlich zwei Veränderungen gemacht. Mein Körper? Wir... Wir waren nicht able... Wir sehen es. Es ist transparent. Die Geschichte hat nicht gegründet. Okay, ja, wir müssen Cell noch besiegen. Okay, wir haben Cell am Anfang gesehen. Der ist es auf jeden Fall noch. Okay, wir sehen uns, dass du dich verletzt hast. Nicht so machen, dass du das Gesicht möchtest. Würdest du gerne nach der Chine gehen? Ich nehme dich da. Hier, nehme meine Hand. Du hast keine Zeit. Du hast keine Wahl. Gut, gut. Oh, okay. Keine Ahnung, wer das war. Okay, wen müssen wir jetzt noch töten? Ich muss hier Frieden bringen. Du bist... Okay, Cell lebt wieder. Okay, aber ich glaube, das ist nicht der Perfect Cell. Oder doch schon, aber nicht Full Power. Oh ne, jetzt ist das schon gut. Okay, nice. Half-Life, eine Attacke. Ja, juck die gar nicht. Alter, das ist so eine Scheiße teilweise. Äh, will ich aufstehen dampfeln. So, dann komm mal her, Cell. Was soll denn die Scheiße jetzt? Im Ernst? Ist das irgendwie Bug oder soll das so sein, dass der einfach in der Tappe stehen kann, damit es passiert? Ich hab echt... keine Ahnung, was er jetzt nochmal? Alter, meine... Junge. Aber den juckt jetzt wieder nicht. Natürlich, er bricht mich noch ab, Alter. Wie soll man gegen ihn gewinnen? Okay, das verstehe ich grad echt nicht. Ich weiß nicht, ob das Spiel irgendwie einfach nur Buggy ist, oder was hier los ist. Keine Ahnung. Wir haben ein Lüfter einfach nicht. Der blockt einfach alles. Trägt null Damage. Unser Typ schießt wieder in die komplett falsche Richtung, ist er auch nicht. Ja komm, den kann man vergessen, glaube ich. So, wer ist Cell. Ich krieg einfach kein bisschen Damage. Alter, was soll denn die Scheiße? Der Typ steht einfach da und greift an, während ich ihn angreife. Dankeschön. Okay, vielleicht können wir es doch schaffen. Wenn wir ihn halt mal dazu bringen, dass wir auch wirklich ihn angreifen können, dann machen wir da immer ein bisschen Damage. Aber wenn er halt einfach nur da so steht und ihn juckt's einfach nicht. So, wir da jetzt gerade auch wieder. Normalerweise müsste man da eigentlich direkt fliegen. Okay, da ist es wir haben getroffen. Der Trunks ist gleich tot. Und wir auch. Man kann ihn nicht packen, man kann einfach nix machen. Das ist so eine Scheiße. Okay, wir haben auch eine All-Energy-Kapsel, die bringt uns aber auch wieder nix. Okay, ich glaube, Trunks verreckt jetzt. Nein, natürlich gibt's auch nicht. Einfach so. Alter, den juckt's auch nicht, wo ich mich hintippier. Der greift einfach weiter an. Ja, komm. Was soll denn die Scheiße? Okay, ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz zurück. Machen eine Nebenquest und dann probieren wir das ganz normal. Okay, wir brauchen, glaube ich, auch erstmal wieder ein bisschen Geld, weil wir haben kaum noch, äh, Kapseln, glaube ich. Hier haben wir noch zwei, eine. Und darf noch zwei, ja. Okay, solche Kämpfe finde ich echt kacke. Ich habe halt, wie gesagt, auch keine Ahnung, ob das ein Bug ist oder ob das so sein soll. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es ein Bug sein soll, weil das wäre ein extrem offensichtlicher Bug, weil der halt immer passiert, wenn die Gegner so lila sind. So, okay, eine Parallelquest oder wir gehen mal ganz kurz bei Vegeta gucken. Wir sind ja mittlerweile wieder drei Level ab oder so. Vielleicht kann der uns ja wieder was beibringen. Ja, was war das jetzt? Okay, wir haben eine Energy-Kapsel bekommen. Ich will aber trainieren, Vegeta. Ich will endlich den Final Flash lernen. Okay, wir müssen hier weitermachen, die Feed-Freezer-Army. Gut, wieso nicht? Machen wir das noch schnell und dann beende ich die Aufnahme erstmal. Wir könnten uns wählen, aber wir nehmen lieber mal, äh, hm, wir nehmen mal. Sam David Hacken. Okay, ich nehme mal Vegeta. Ich mag Vegeta irgendwie mehr als Goku. Von der Attacken. Ich finde das Kamehameha ist irgendwie so... Keine Ahnung, das sieht so schwach aus irgendwie. Ist halt so Standard-Kamehameha. Das heißt, es gibt einmal das schwache Kamehameha, dann gibt es das Kamehameha, dann gibt es noch ein Kamehameha. Die sind irgendwie alle unterschiedlich und bei Vegeta gibt es einfach nur einen Final Flash und der ist übel krass. Ja, ja. Gott, wie viel Energie die haben. Ach, der Scheiße geht der ab, Alter. Der kriegt ja zehn Kilometer dem Gegner hinterher. So, jetzt... Okay, ne, für den mach ich jetzt ein Final Flash. Für den da, der kriegt jetzt ein schönes, äh, Final Flash. Wer hat den da wieder rausgehauen? Goku, ich hasse dich. So, was ist? Na, jetzt kommt noch was. Okay, was haben wir hier für Attacken? Big Bang Attack, Final Blow... Was ist Final Blow? Das will ich mal gucken. Kann man mit dem auch normal fliegen? So, Final Blow, was ist das denn? Warte mal, haben wir den gerade fast gekillt mit dem einen Schlag? Das muss ich nochmal probieren. Oh, mein, der Full Life ist am besten. Okay, kommt noch wer. Ah, dahin ist noch einer, okay. Dann probieren wir das Ganze mal bei dem aus. Mann, wir haben ihn schon wieder nicht getroffen. Der ist auch schon wieder tot. Okay, gut, es kommt noch wer. Oh, mich treffe ich dann von denen auch mal ein. Da hinten ist einer, okay. So, Final Blow. Oh, die Shitmacher sind weg. Okay, die Attack ist geil. Okay. Aber ich würde sagen, wir machen nochmal kurz ein Final Flash. Wenn wir die Punkte noch zusammen kriegen. Oh, nice gedolcht. Okay, das war die Falsche. Egal. Block alles. Gut. Wahrscheinlich hat er so viel Aussau, dass er die komplette Attacke blocken kann. Dann macht's was halt so. Bam. Aber ich hätte jetzt weniger damage gemacht. Nochmal. So. Ach, wir sind noch mehr. Okay. Da hinten ist immer noch einer. Wo die auch immer rumhängen können. Wir gehen zu dem da hinten. Der kommt aber früh. Oh Gott. Stark. Weg. Okay, wir kommen noch. Will sich noch irgendwer mit uns anlegen. Oh nein. Ich hasse, dass wenn sowas passiert. Aber wir müssen noch ein Spaceship, okay. Gut, dann müssen wir da wohl auch noch rein. Folgen sollten jetzt alle so um die 20 Minuten gehen, denke ich mal. Passt ganz gut. Irgendwie klappt das hier bei dem Spiel immer ganz gut mit der Zeit. Ich glaube, alle Folgen sind immer so ungefähr 20 Minuten. Ziemlich genau sogar. Und das immer perfekt nach einem Kampf oder so. Komm, wie geht er? Jetzt nochmal einmal raus. Komm schön. Ach, verdammt, schon wieder die falsche Attacke. Egal, die ist auch gut. Sieht zwar nicht so geil aus, aber egal. Äh, ich muss da lang. Okay, einmal hier rein. Da sind sie doch. Die Attacke ist ein bisschen buggy, wenn die Gegner so nah dran sind. Oh, noch ein Gegner. Okay, wer kommt jetzt? Freezer? Okay, wir müssen wahrscheinlich raus. Äh, wo ist das Portal? Da. Okay, Freezer vielleicht. Ah, da kommt er, okay. Man kann ja auch so Sachen, so Good Job und sowas sagen. Good Job. Okay, komm her, Goku. So, jetzt fein ich gleich. Ja, das macht Damage. Wobei wir eigentlich den Jace hier auch noch treffen. Und dann, verdammt, ich glaube, ich habe gerade eben gesagt, äh, Goku, ne? Das ist ja... Das ist ja gar nicht Goku. Das ist Goku nur. Man, ich bin schon so gewohnt, Kierke zu drücken. Oh, das ist gerade ein bisschen geleckt, glaube ich. Der Kampfpower von Playstation, klar. Fangen wir aber auch wegzulaufen gegen die O. Und... Ach, verdammt. Alter, meine Fresse, jetzt kommt wieder runter. Wo zur Hölle schießt du das hin? Junge, jetzt lass mich endlich zu dem Scheiß-Skinje. Das ist ein verschissener Schlag. Das kann doch nicht denn hier ernst sein. Wichser, Alter. Boah, Junge. Nicht wahr sein. Okay. So, wie geht der? Jetzt ein bisschen schneller. Ist irgendwie ein bisschen kack. Man kann nur so recht langsam. Oder halt so übel schnell. Okay. Gut, wir treffen nochmal was. Wir haben neue Attacke bekommen. Die ist wahrscheinlich eh kacke, aber egal. Okay, Final Blow. Oh, wie kann ich das? Ich kann nicht verlieren. Wie kann ich verlieren? Wie kann ich verlieren? Wie kann ich verlieren? Ja, perfekt. Das ist mein Prinzess. Dann leveln wir noch kurz. Und dann war es das wieder für die Feuerwehr. Okay. Skillset. Ein Skillset. Einmal hier gucken. Da, Blue Hurricane. Spin and Fast Speed. Okay, okay. Okay, wir nehmen den mal rein, weil die andere sowieso kacke ist. So, dann nochmal Tribute boosten. Das auf 20. Und dann machen wir, würde ich sagen, Stamina. Hoch. Okay. Gut, und ich würde sagen, das war es dann wieder für die ganzen Folgen jetzt. Drei Folgen sollten das jetzt gewesen sein. Wenn Ihnen gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Dragon Ball Xenoverse wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.